Also das Ding ist, wir sind ja eh gleich fertig mit den Taz. Also die Impostle sind ja nicht so gut. Impostle. Oh, chillig, Chat. Mit Papa P auch noch. Holy shit. Oh, chillig, Chat. Ich wollte ihn grad töten, Chat. Yo, wir sind gleich mit unseren Aufgaben fertig, by the way. Oder einer ist gestorben. Ich hab die Leitung von Chef Strobel gefunden, als ich auf dem Weg war zu Admin. Also quasi Ende Storage zu Admin. Wisst ihr an dem Ausgang da? Da Lager. Was ich kurz sagen kann, Freunde, ich hab Basti mit Chef Strobel laufen sehen. Die sind beide von Electra haben hier vorbeigelaufen. Also pass auf, ich war stark an einer Coach. Wo warst du denn? Also ich war davor, ich bin, war rechts und bin runtergelaufen. Ich hab Auto gemacht, die Blätter entleert. Da hab ich bei Navigation dieses, diesen Punkt in die Mitte, also heißt der Punkt, dieses Visier in die Mitte getan, dieses Crosshair. Und dann bin ich in Deutschland und weil ich Elektriker und hab gerade, er hat mir diesen Pegel nach oben geschoben. Und danach hab ich diese Kreise, dieses Gelb-Hellblau-Dunkelblau-Ding gemacht. Okay, passt, passt. Ich hab eine Frage, hab ich. Und zwar an Karl. Wo warst du jetzt, wo warst du ganz am Ende, als der Mönchlin kam? Ganz, ganz, ganz am Ende. Ja. Äh, ich war Reaktor und dann bin ich direkt in das Kreuz gegangen, in diesen, in diesen Kreuzpunkt und dann kam das Ding. Basti, wolltest du am Ende zu O2 oder wolltest du deine, wolltest du weiter Tasks machen? Ich wollte dann nicht zu O2, weil ich bin immer nur ein bisschen verbläht mit den Feilen. Du hast einfach die Tasks weiter ballern. Ja, ich hab grad eigentlich vergessen, glaub ich, wo ich war. Aber ich bin, ich bin's nicht. No joke. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ja, Karl, ich fühle in Second Brain. Ich hab genau aus. Ja, Alter, ich bin's nicht. Alter, das Ding ist, wir müssen ein bisschen mehr machen, ne? Also die haben, die haben ein bisschen zu viele Tasks schon ready. True, Alter. Ich glaub, die haben, die haben die Tasks runtergestellt oder sowas. Antonia, warum bist du nicht zu O2 gelaufen, Bro? Du bist einfach direkt in die Electrical wieder rein. Ja, ja, ich war auch mit. Wir haben einfach unsere Tasks dann gemacht, weil wir dachten, dass wir anders waren. Ja, ich hab gedacht, da kümmert sich schon die anderen drum. Glaub ich nicht. Warst du auch da? Ja, ja, ich hab's gesehen. Sie hat einfach ihre Tasks gemacht, wir haben gechillt. Karl ist halt... Ich würde noch mal kurz zu der Situation vorher was sagen. Und zwar, dass Karl halt, dass Karl hat Chef Trobe gecrossed. Mir ist... Ich bin Karl gecrossed. Und dann habe ich Chef Strobe gecrossed. Und dann bin ich runtergelaufen zu Schilds, bin ungedreht, wieder hoch. Und dann lag halt gleich von Chef. Oh, okay. I don't know, Romano, Karl, Karl hat mich klargestellt. Okay, absolut legit, kein Plan, was du da laberst. Real talk, real talk. Das klingt dann im Haufen Spaghetti. Spaghetti, Bro. Okay, Digger, ja, dann kann's gar nichts sein. Oha, einfach den. Lass einfach weiter die Aufgaben machen. Lass einfach weiter die Aufgaben machen. Lass einfach nicht einlullen von Chef Strobe. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen verstecken. Digga, wir haben den Pass verloren. Fast, 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 stopp, 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 stopp. Okay, I don't know. What the fuck? Karl ist tot. Aber ich habe gerade ein bisschen, mir war gerade ein bisschen komisch. Ich stehe in Mad Bay drin und Reapers, du schaust mich die ganze Zeit einfach nur an, wenn ich die Quest mache, dann laufe ich raus. Bro, Reapers hat auch erstrunde und zweitrunde noch nichts gesagt. Du verfolgst mich. Ich renne um den Tisch. Er rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich habe jetzt einfach mal Button gedrückt. Das kam mir komisch, real talk. Bro, glaubst du ehrlich? Glaubst du ehrlich, ich hätte dich nicht schon längst umgebracht, wenn ich... Weiß ich nicht, aber hast du mich um den Tisch verfolgt? Nein. Wer, wer... Jetzt erstmal kurz Inspektionsstunde. Wer war mit Karl und Reeves unterwegs? Hat die wer irgendwer gesehen gehabt? Nein. Die waren ja zusammen unterwegs. Die waren ja zusammen unterwegs. Und haben Kabel gefixt. Wo waren die Basti? Nein, die haben nur gesagt, letzte Runde waren die immer zusammen unterwegs. Ah, okay. Dann sind wir jetzt alle cool. Wir haben die gesehen, Basti. Wir haben die gesehen, die sind nach Low Engine runtergegangen. Also das Ding ist, wir sind ja eh gleich fertig mit den Tars. Also die Imposter sind ja nicht so gut. Fertig. Fertig. Also ich sag einfach mal, ich hab bisschen Schiss, dass es Repuzzle ist. Sag einfach mal so in die Runde. Ich glaube tatsächlich, es sind Kevin und... Ja. Ich hab leider nicht gesehen. Was ist Kevin und? Ja, scheiße. Das ist... Hallo? Ey Karl, du warst grad weg. Warst du grad weg? Karl, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Ich glaub die Imposter sind nicht so gut, Chat. Ich glaub die... Ich glaub die Imposter sind einfach nicht so gut. Was Basti? Reeves, Reapers, Basti. Basti ist mit mir. Power P. Und zack. Oh man. Scheiße. Da lagen zwei Buddies unten. Fuck. Alter, wir waren mit Meets die ganze Zeit. Weil du bist runtergelaufen, ne Romate? Wo war das genau? Ähm... Es war Storage. 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 Das kann... Das kann's nicht gewesen sein. Und Kevin kann's auch nicht gewesen sein. Also sind's Reeves und Reebok. Nee, Reeves und Reebok. Reeves du nicht mal die ganze Zeit alleine. Reeves, du weißt das. Es ist true. Es ist true. Wir waren wirklich die ganze Zeit zu zweit. Wo wart ihr beide, Bro? Wo wart ihr? Ähm... Ich bin... Rechts in Oxygen. Nee, Reeves und Bro, was meine ich? Ja, Navigation. Und dann bin ich hoch. Und dann bin ich jetzt in Admin rein wegen Oxygen depleted. Wir müssen halt auch roten. Ich war die ganze Zeit mit ihm. Ich meine wir müssen halt jemanden rausroten, ne? Sonst ist ein Gripp, Alter. Kevin... Also was ich sagen kann ist, ich war die ganze Zeit in Security. Ja, das hab ich gesehen. Du hast die Camps gemacht, ne? Die ganze Zeit. Hast du gesehen, wer in Solch reingelaufen ist? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, wie die Wege laufen. Das ist das Problem. Ich gucke immer... Ich achte immer nur darauf, wer Richtung Security geht und wer bei Navigation ist. Das ist das, worauf ich immer achte. Das Ding ist, ich hab gesehen, dass Reapers halt mit... Mit wem ist es? Mit irgendwie... Reeves, ja. Also wir müssen auf jeden Fall voten. Also wir haben safe zwei Imposter, weil das war ein W-Chill. Hast du irgendwas auf den Kameras gesehen? Bro, ich kann es halt nicht sagen. Also wenn die sagen, die laufen die ganze Zeit zusammen rum. Romatra kann mich plötzlich decken. Du bist ja da. So, I don't know. Also, keine Ahnung. Okay, was ist wenn es Amar und Kevin ist? Bro, ich war die ganze Zeit... Ich war die ganze Zeit Kameras. Oh my bullshit. What the fuck? Wir waren die ganze Zeit und Kameras gechillt. Ich war mit Security und... Also ich hab meine Tasse echt schon durch, deswegen. Ich chill da einfach die ganze Zeit. Also ich weiß, safe, das ist Reapers und ich nicht warm. Ey, dann... Also, dann ist es Romatra, Kevin oder Amar. Also einer von... Ja, oder ihr beide halt. Warum solltet ihr... Ja, aber warum beschuldigt ihr jetzt uns? Also... Ich hab dich gar nicht beschuldigt. Jetzt ruhig Blut. Aber Papa Platte, ein bisschen verdächtig. Wir müssen voten. Wir müssen voten. Also keine Ahnung, ich geh einfach auf Reece. Boom. Was? Was? Dann hätte ich durch... Nein, Reece. Okay, wir haben verloren, das war's komplett. Fuck. RIP. RIP. Papa P, let's go! Ich sagte, es ist Kevin! Romatra, vörter Poster. Romatra. Romatra, Junge. Romatra, danke. Romatra, einfach vörter Poster, Junge. Bester Mann. RIP. 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 Oh shit. Romatra die, hey, Romatra, die hä ... Romatra, du hättest. Aber RIP. 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 Ich habe noch nie in meinem Leben mitbekommen, dass man rausgevotet gewonnen hat. Habe ich noch nie mitbekommen. Also wirklich. Ja, dass man rausgevotet. Also auf den, dass die zwei Imposter geschafft haben, dass noch ein Third Imposter mit am Start ist. Und dass man dann jemand rauswählt und damit gewinnt. Ah, ja, ja, ja. Ja, Romatra war ein Turbo Low. Vor allem, es war halt ein bisschen bad von mir, dass ich O2, ich habe O2 sabotiert, weil ich musste Romatra rüberlaufen. Und ich dachte so, Dicker, lauf oben lang, lauf oben lang. Und Dicker, er läuft unten lang. Ja, Mann. Und dann dachte ich so, Junge, wir sind gefickt. Aber auf einmal sagt er so, ja, also Kevin und Amar können es nicht sein. Holy shit.